Ja hallo, hier ist Fabian Grenzer von Support.net und in der Reihe Support.net Surft will ich euch heute mal eine Seite aus Amerika vorstellen, kickstarter.com. Dort werden verrückte Ideen, Erfindungen, Filmprojekte, Projekte aller Art, Kunstprojekte angeboten, bei denen man sich dann an der Finanzierung beteiligen kann. Als Goodie bekommt man zurück Postkarten, Beteiligung an Firmen, an Geldern, die man gewinnen kann. Ja, jetzt will ich euch mal ein ganz lustiges Projekt zeigen, einfach nur so als Beispiel, um zu sehen, was man da alles so machen kann und ob man auch tatsächlich Geld bekommt. Ich gebe ein Iran in der Suchmaschine, weil es nicht mehr auf der Startseite ist. Und da haben wir gleich The Iron Job. Nicht der Metalljob, sondern das Land Iran. Da soll ein Film drüber gedreht werden über einen Baseballspieler, der dort Sport machen will. Brauchen tun sie, kann man hier sehen, 50.000 $ um das Projekt zu starten. 21.000 x 36.000 haben sie schon und noch 25 Tage. Die haben natürlich gleich so einen kleinen Filmtrailer eingebaut. Ja, ganz interessant. Hier kann man gleich sehen, was man für seine Sachen kriegt. Für 5 Dollar bekommt man den Status eines Fans und man wird auf der Webseite als Gönner genannt. Ja, für 10 Dollar gibt es eben schon mehr und so weiter. Umso mehr man spendet, umso mehr bekommt man. Interessant ist, dass bei diesen Projekten, dass die ganz gut funktionieren. Also was ich bis jetzt gefunden habe, so gute Ideen werden einfach auch finanziert und so können dann Erfinder, die irgendwie eine neue Technik gemacht haben oder so oder ein neues Gadget erfunden haben, das einfach auch realisieren. Gerade bei Gadgets ist natürlich für die großen Spender interessant, dass sie das Gadget hinterher bekommen. Ja, das war's schon. Kickstarter, immer neue Ideen, ganz tolle Sachen, sehr kreativ, finde ich eine ganz tolle Sache. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ja, das war's schon für den Tipp für heute von support.net surft, kickstarter.com. Viel Spaß!